Das ist eine lässige Auszeichnung für mich. Ich fühle mich sehr wohl und anscheinend wegen den Leuten auch nicht ungern. Das ist wirklich eine coole Auszeichnung, aber ich bin echt frei. Natürlich hoffen wir mit der Art und Weise, wie man Fußball spielt, die Leute im Stadion zu begeistern und mitzunehmen. Da hoffen wir, dass wir das auch wieder hinkriegen in den nächsten Wochen.